Welcome! Backlady for the Gentleman. Mein Name ist Daniel Korte und heute gibt es das vierte Outfit of the Week Video. Bevor es mit dem Video losgeht, ein kleiner Hinweis. Wenn du neben meinen Videos noch weitere Outfit- und Styling-Tipps haben möchtest, dann kann ich dir den Men's Style Guide empfehlen. Das ist ein E-Book zum Thema Outfit und Stylings und da habe ich mir auch super viele Tipps rausgezogen. Und das kostet nicht viel und mit dem Gutschein-Code DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt. Link zum E-Book findest du in der Infobox. Und wenn du Lust hast, folg mir natürlich auch gerne auf Instagram Dort gibt es auch einige Outfit-Posts von mir als auch in den Storys so ein paar private Einblicke. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. So Leute, heute kommt ein sportlich-eleganter Look, den es wohl immer geben wird. Und zwar ein Look mit weißem Poloshirt, Grauerhose und weißen Sneakern. Starten wir wie immer ganz unten bei den Schuhen und zwar trage ich da wieder mal meine Lieblings-Sneaker von Garment Project, die so circa 150 Euro kosten. Kleiner Tipp an dieser Stelle, ich würde dir empfehlen, bei diesen Sneakern halt immer Invisible Socks zu tragen, damit man halt nicht sieht, dass du Socken anhast. Oder wenn du weiße Sneaker trägst, dann weiße Sneakersocken. Kommen wir zum nächsten Teil. Das ist eine grau karierte Anzugshose von Zara. Die hat damals so circa 80 Euro gekostet. Und die hat so ein paar kleine, aber feine Details. Zum einen hat sie eine Bügelfalte, was halt ein bisschen eleganter wirkt, ein bisschen hochwertiger, wenn du so eine Hose mit Bügelfalte anhast. Und die Beine unten sind umgekrempelt. Was ich für den Sommer auch perfekt finde, gerade mit den weißen Sneakern, wenn die Hose ein bisschen kürzer ist, sieht das ganz nice aus. Ganz wichtig an dieser Stelle ist einfach, dass deine Hose wirklich perfekt sitzt, gerade wenn du das Shirt, was du oben drüber hast, in die Hose hineinsteckst. Es sieht wirklich viel besser aus, wenn die Hose top sitzt und du keinen Gürtel brauchst. Die Hose hat so ein Karo-Muster mit weiß, grau und sogar ein bisschen Oranges mit dabei und läuft halt unten relativ schmal zu. Kommen wir jetzt zum Oberteil, was ich trage. Das ist ein Polo-Shirt von Uniqlo. Kostet so circa 16 Euro. Und das ist wirklich ein cleanes, schlichtes, einfaches Polo-Shirt ohne irgendwelche Aufdrücke drauf. Vom Stoff her ist das jetzt nicht so ein Stoff wie beim normalen Polo-Shirt, sondern das ist ein bisschen feiner und ein bisschen luftiger. Und das macht das Polo-Shirt insgesamt so ein bisschen feiner. Das Polo-Shirt sitzt auch super gut, kann ich nur empfehlen. Und wer Lust hat, der kommt natürlich immer auf den Anlass drauf an, kann so das Polo-Shirt natürlich ganz bis oben hin zu knöpfen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Veranstaltung bist, wo es ein bisschen spießiger ist, knöpft es bis oben hin zu. Wenn es ein bisschen lockerer, ein bisschen legerer ist, machst du halt einen Knopf auf. Und das Polo-Shirt kann man natürlich dann auch, wie man möchte, entweder in die Hose reinstecken oder rauslassen. Ich habe es jetzt hier einfach reingesteckt, weil ich es einfach schöner finde. Kommen wir zum letzten Teil. Das ist mal wieder ein Accessoire und zwar eine cleane, schlichte, einfache Uhr von der Marke Nordgreen, die ca. 190 Euro kostet. Und die Uhr rundet das Outfit einfach mal insgesamt so richtig ab. Und bei so einem einfachen, clean, schlichten Outfit ist eine Uhr auf jeden Fall ein Mast. Und by the way, falls es dich für Nordgreen uninteressiert, check mal dieses Video hier oben ab. Die Gesamtkosten des Outfits liegen bei 436 Euro. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr zu diesem Outfit sagt. Findet ihr das zu spießig? Also so mit Polo-Shirt findet ihr es zu spießig? Oder findet ihr es ganz cool? Und jetzt kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Tobias Schmidgall. Tobi, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mal eine Message auf mein Community-Phone. Nummer findest du wie immer in der Infobox. Einfach Vorname und Nachname durchschicken per WhatsApp und vielleicht wirst du dann schon beim nächsten Mal gegrüßt. So Leute, das war es mit dem heutigen Outfit. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel ein bisschen Outfit-Beratung braucht, dann teilt auch gerne meine Videos mit ihm. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch da draußen ein bisschen weiterhelfen kann. Macht's gut, bis dahin. Peace out.